Hallo liebe HiFi und HiEnd-Freunde, mein Name ist Stefan Gelrich vom SG Akustik HiFi Studio in Karlsruhe. Heute möchte ich Ihnen von Marans den SA10 und den PM10 vorstellen, einen CD-Spieler mit DA-Wandler und einen passenden Vollverstärker dazu. Viel Spaß! Der PM10, ein wahrer Vollverstärker Bolide, sieht man schon an seiner Größe. Das Gerät wiegt über 20 Kilo und ist genauso wie der CD-Spieler in Schwarz, so wie wir es hier haben und auch in Gold erhältlich. Sehr, sehr schön in beiden Farben das gesamte Gehäuse aus dicken Aluminium gefertigt. Gerade die Oberplatte mit den Kühlrippen fügt sich hier wunderbar in die Gerätelandschaft ein. Auch ganz toll ist die blaue Hinterleuchtung der Frontplatte. Das macht alles einen sehr, sehr feinen Eindruck. Zum Lieferumfang des Gerätes gehört auch eine Metallfernbedienung. Sehen wir hier am Bild, mit der sind alle Funktionen bedienbar. Sehr schön von hinten zu sehen ist die Verkupferung des Chassis zur besseren Abschirmung. Da kommen wir auch nachher noch dazu. Das setzt sich im Inneren sofort. Bereits 1952 brachte Raoul Marans den Marans Konsulett auf den Markt. Eine Vorstufe, die Möglichkeiten bot wie kein anderer. Später wurde daraus das Model 1, was eine Ära von High-End-Geräten einleitete, die in den 70er Jahren Marans zum Komplettsortiment ermachte. Man denkt nur an die großen Stereo-Receiver. Die waren einfach fantastisch. Später entwickelte sich das immer weiter fort. Referenzgeräte wurden der große SA-CD-Spieler SA7 mit der Vor-Endstufen-Kombination mit Monoblöcken der SC7 und den MA9-Endstufen. Fantastische Kombination und genau da möchte Marans heute mit dieser Kombination aus Vollverstärker und SA-CD-Spieler anknüpfen und wieder eine neue Referenz auf den Markt bringen. Technisch gesehen ist der SA10 ein wahrer Leckerbissen. Die Geheimnisse stecken im Inneren. Wir schauen uns das hier mal von außen, von hinten an, was er an Ein- und Ausgängen hat. Sie kommen hier symmetrisch raus, wie auch mit Cinch-Buchsen. Diese sind ganz besonders schön gemacht, nämlich aus den vollen gearbeiteten Kupferbuchsen, die dann noch eine Nickel-Schicht oben drauf haben. Das ist ein wahrer High-End-Gedanke, der da verfolgt wird. Der CD-Spieler ist nicht nur ein reiner CD-Spieler oder SA-CD-Spieler, er hat auch noch digitale Eingänge, mit denen der integrierte Wandler hier benutzt werden kann, und zwar optisch, koaxial und per USB. Eingebaut in den SA10 ist ein völlig neu entwickeltes Laufwerk in einem Vollmetallrahmen. Selbst die Schublade ist aus Metall, sehen wir hier mal ein- und ausfahren. Das läuft wie Butter, wie es sich für ein richtiges High-End-Gerät gehört. Das Laufwerk liest nicht nur CD und SA-CD. Es liest auch DVD-ROMs auf die Hi-Ris-Dateien gespeichert werden können, die hier dann ausgelesen werden. Und genau wie bei den Digitaleingängen, der USB natürlich nativ, DSD-256 mit 11,2 MHz, aber auch die koaxialen Eingänge, wie alles, was aus dem CD-Laufwerk ausgelesen wird, wird abgesampelt auf DSD-Format. Das nennt sich hier MMM, Marans Musical Mastering, und wird am Ende auch bei der Wandlung der Digitalsignale auf das Analogsignal wieder umgesetzt. Also nochmal zum Verständnis. Normalerweise werden im CD-Laufwerk SA-CD-Dateien ausgelesen, die entsprechen einem DSD-64-Format und wurden damals entwickelt, um mit ca. 2,8 MHz gelesen zu werden. DSD-256, auf das hier abgesampelt wird, arbeitet mit 11,2 MHz. Da ist also heute von der Rechengeschwindigkeit der Prozessoren richtig was möglich, was eine fast schon analoge Wiedergabe bedeutet. Zusätzlich hat der SA-10 einen fantastischen Kopfhörerverstärker eingebaut mit den hauseigenen HDR-M2-Modulen. HDR-M, das steht für Hyper Dynamic Amplifier-Module, wird bei Marans schon länger eingesetzt. Das sind diskret aufgebaute Schaltungen statt integrierter Operationsverstärker, die klanglich enorme Vorteile haben. Das Ganze gepaart mit sauber geschirmten Einzelgruppen, z.B. die ganze Analog-Sektion ist absolut getrennt von der Digital-Sektion und auch dementsprechend mit Kupferblechen geschirmt. Dadurch sieht man auch das ganze Gerät innen in diesen wunderbaren Kupferfarben schimmern. Das hat natürlich klangliche Hintergründe, auch sehr schön. Der Ringkerntrafo, der hier das ganze Laufwerk wie auch die Digital-Sektion sehr, sehr stark versorgt mit einer großen Siebung an Blockkondensatoren, die dahinter stecken. Man sieht das hier gerade mal im Bild offen. Das Gerät, das ist wirklich Technik und High-End vom Feinsten. Sehr schön ist auch, dass hier verschiedene Filtercharakteristiken eingestellt werden können. Ich zeige das hier gerade mal am Display, die alle etwas unterschiedliche Klangcharakteristiken hervorrufen. Ein technischer Leckerbissen ist auch der PM10, vor allen Dingen, wenn man hier mal ins Innere schaut. Ein recht revolutionärer Aufbau aus vier Schaltverstärkern, die sauber angesteuert, auch über einzelne Baugruppen der Treiberstufen in HDRM-Modulen ausgelegt, zweimal 400 Watt an 4 Ohm entfachen. Das ganze Gerät ist in einem Doppel-Mono-Aufbau vollsymmetrisch aufgebaut. Die Symmetrie zieht sich von den Eingängen bis zum Ausgang komplett durch, was klanglich natürlich den Verstärker richtig nach vorne bringt und jede Art von Lautsprechern damit kontrollieren kann. Wunderbar ist auch der Aufbau der Netzteile. Wir haben hier kanalgetrennte Schaltnetzteile für die Endstufen als auch eine komplette Netzteilsektion nur für den Vorverstärker. Auch hier sind alle Baugruppen einzeln in Kupfer geschirmt und sogar die Rückwand und auch die Ausgangsbuchsen sind komplett aus massivem Kupfer gearbeitet, was hier die Leitfähigkeit deutlich erhöht. Das Gerät wiegt wie gesagt über 20 Kilo. Interessanterweise ist der CD-Spieler ähnlich schwer. Auch der bringt schon 18 Kilogramm auf die Waage. Da sieht man, was Marans hier für einen mechanischen und elektrischen Aufwand treibt und auch im Netzteil, um den Klang richtig nach vorne zu bringen. Der Verstärker geizt auch nicht mit Ein- und Ausgängen. Wir haben zwei symmetrische Eingänge plus diverse Cinch-Ein- und Ausgänge. Das ist traumhaft aufgebaut und die hochwertigsten Strippen finden hier Zugang. Für den Analog-Fan ist im PM10 auch ein fantastisches, sehr high-endiges, diskret aufgebautes Phonoteil eingebaut, an welchem MM- und MC-Tonabnehmer extrem rauscharm Zugang finden. Somit schließt sich der Bogen vom klassischen Design zu eben auch dem Phono-Eingang, der unglaublich gut klingt. Marans, das steht für extrem solide Technik und einen warmen Klang. Bei den High-End-Geräten mit der neuen Verarbeitung und dem Aufwand, der hier getrieben wurde, wird hier nochmal eine neue Dimension erreicht. Superplastisch, schnell und trotzdem extrem vollmundig geht die Kombi wie kaum einer andere. Historisch, wie auch für die Zukunft gesehen, wird der Klang und die Verarbeitung hier jedem Anspruch gerecht. Ja, liebe Haifa und High-End-Freunde, das war es auch schon für heute mit den fantastischen Marans PM10 und SA10 High-End-Geräten. Mehr Informationen zu den Geräten finden Sie auch direkt unter dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden und auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier so eine High-End-Komponente vorstellen. Tschüss!